Bewohner oben. Dürfte nicht schwer sein, die Maske zu stehlen. Oh, das wird sich gleich rausstellen. Ich kann die doch eigentlich alle K.O. machen, oder? Erstmal checke ich die Lage. Bevor ich hier überhaupt jemanden K.O. schlage oder überhaupt irgendwas mache. Ist auch komisch gebaut hier. Das ist sehr kurios gebaut hier. Wenn ich mich konzentriere, bin ich irgendwie schneller als sonst. Was ist los mit mir? Vielleicht sollte ich mal nach seiner Frau sehen. Vielleicht solltest du mal deinen Maul halten. In welcher Richtung geht er? Das ist jetzt scheiße. Drücke LB und LS, um Angriffen auszuweichen. Au. Wenn Dieter ein Juwelier mit leeren Händen verlässt, ich sollte diese Maske stehlen. Das ist mein Fluchtweg. Aber wenn ich ihn benutze, gibt es kein Zurück mehr. Ah, nee. Das ist scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Hallo. Hallo, Madame. Au. Nee, ich lad mal neu hier. Das ging nach hinten los. Das wollte ich so nicht. Ich wollte eigentlich ungesehen bleiben. Mann, ey. Du solltest den doch K.O. schlagen, du Noob. Hast du gerade eben auch gesagt. Haben wir gesehen, was dabei rauskam. Okay. So, ich muss den jetzt mal hier irgendwo verstauen. Kann ich den im Schrank verstauen eigentlich? Okay. Okay. Jetzt mach ich mal die Tür zu. So. Hm. Diese Juwelen sind aus Glas. Aber wenn das jemand nicht weiß, bezahlt er gutes Geld dafür. Jetzt aber raus hier. Durch eines der Fenster oben komme ich über das Tor. Wie jetzt raus hier? Das ist aber inne eilig. Ich hau' da jetzt noch nicht ab. Bin noch nicht doof. Na, 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 nein. Oh, da hab ich das erste Mal gefehlt. 20 Münzen, ey. Was ist das für ein Juwelier hier? Hallo? Komischer Juwelier. Irgendwas atmet hier extrem laut. Ich mach mal kurz die Tür zu hier. Das ist mir nix hier. Noch irgendwas? Hier ist ja noch so ein Teil. Ohrringe. Armreif. Nix. Da ist auch nix. Hier war aber was drin. Was hab ich genau gesehen? Hä, warte mal. Lag hier oben drauf auch was? Nö. Na, den Juwelier bestehlen lohnt sich auf jeden Fall. Schon besser. Scheiß Funzel hier ausmachen. Jetzt wird's langsam schon ein bisschen kniffliger. Jetzt muss man wirklich genau den richtigen Punkt treffen hier. Jetzt ist es nicht mehr ganz so easy peasy. Boah, nö. Find ich jetzt doof. Ah, fuck. Geh mal hoch da. Was? Wie jetzt? Ihr habt mich gesehen. Geht weg. Au. Wie jetzt? Ich bin tot. Das ist doch... Ah. Ich hab grad Dubstep tot gelesen. Okay, das war wieder nicht geplant. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab doch schon alles so gut wie erledigt. Jedenfalls im unteren Bereich. Ey, nee, oder? Ist das jetzt dein Ernst? Würdest du wahrscheinlich liegen und sterben. So wie jetzt gerade. Boah, ey. Wie mich das nervt, ey. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, das Schloss brauche ich nicht öffnen. Das lasse ich jetzt auch zu. Meine Fresse. Hallo, hebt das auf. Ist das mein eigener Atem die ganze Zeit? Ich hätte gedacht, hier pennt irgendwo jemand. Und ich verdiene seinen Atem, aber es scheint mein eigener zu sein. Hallo, öffnen. Mach das auf. Warum macht er das nicht gleich automatisch, ey? Das verstehe ich auch nicht so richtig. Ja, unten war nix. Weiter geht's. Wieso kann man nicht mit einem Tastendruck gleich alles nehmen? Das wäre doch viel einfacher. So, hier hab ich was vergessen. Das wollte ich natürlich nicht. Hier war was drin. Hier war, glaub ich, nix drin, oder? Nö. Okay, äh. Hier war noch was. Das nehmen wir natürlich mit. Weil hat man ja eigentlich schon, äh, eingesackt. Ach, ja. So. So. Hm. Diese Juwelen sind aus Glas. Aber wenn das jemand nicht weiß, bezahlt er gutes Geld dafür. Jetzt aber raus hier. Durch wenn es der Fenster oben, komme ich über das Tor. Ich bin jetzt erstmal spontan hier hochgegangen, bevor wieder irgendeine Wache hier gleich angestisselt kommt. Und meint, mich wegmähen zu müssen. Siehst du, das Teil hatten wir vorhin auch noch mit. Ähm. Ich weiß gerade echt nicht genau, wo ich jetzt hin muss. Auf jeden Fall hoch. Das ist klar. Aber ich muss irgendwie die Funzel hier ausmachen, damit der Affe mich nicht sieht. Kann ich hier überhaupt runter? Nee. Ich muss doch hier irgendwo runter können. Hä? Hä? Na, mach die Funzel aus. Ich bin gerade total konzentriert. Tut mir echt leid, wenn ich gerade nichts sage. Aber das ist echt. Hä? Okay, von hier komme ich. Ich will um die Ecke spielen, du Affe. Okay, da unten ist der Keller. Wo sollte ich da mal runter gehen? Wo ist denn die Funzel? Muss doch irgendwie ausgehen. Ich riskiere es jetzt einfach. Wahrscheinlich werde ich es gleich bereuen. Das Lötzinn ist noch nicht wahr. So, mal sehen. Vetter. Ich fürchte die... Oh! Nein! Ich habe noch so viel vor. Scheiße. Ich mache jetzt einfach weiter. Ich bin jetzt zu Ende. Ich bin, während er hier ist, in den Schrank reingegangen. Und er hat mich... Ernsthaft? Er hat gesehen, wie ich in den Schrank reingegangen bin. Eigentlich. Ich bin jetzt so slow. Ja. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht viel. Ich bin noch nicht mehr so幽摔de. Begegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.